In Crusader Kings 3 ist die Kriegsführung ein zentrales Thema und ihr müsst einfach wissen, was funktioniert da, was klappt, wie könnt ihr euch einen Vorteil verschaffen und das eben auch durch euren Lebenswandel. Denn euer Charakter kann maßgeblich daran beteiligt sein, euch gerade die ersten Kriege gewinnen zu lassen oder die Kontrolle in euren Gebieten zu bewahren. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Tierliste für die Kriegsführungslebenswandel an. Wieder der Aufruf, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Kommentar da, sodass ich weiß, dass ihr weiterhin solche Tierlisten haben wollt. Wenn ihr noch nicht die Diplomatie-Tierliste geschaut habt, guckt einfach mal unten die Playlist hinein, die sollte euch dann weiterhelfen. Generell könnt ihr auch alle möglichen Tutorials bei mir im Kanal finden, aber fangen wir direkt mal an. Zunächst gehen wir wieder mal auf die Schwerpunkte ein. Wir haben drei Stück und in meinen Augen gibt es eigentlich nur einen Schwerpunkt, den ihr immer nutzen solltet, wenn ihr euch wirklich mit Krieg beschäftigt und das ist Schwerpunkt auf Ritterlichkeit. Es ist ein enormer Vorteil, diesen Perk einfach schon mitzunehmen, da braucht ihr eigentlich schon fast nichts anderes mehr, denn es gibt euch fünf Vorteile. Und Schlachtvorteile, das könnt ihr in dem Kriegseinführungsvideo, was ich auch mal gemacht habe mit der Tutorialliste nachschauen, ist halt massiv stark, gerade am Anfang, wenn die Werte noch nicht explodiert sind und ihr nicht massiv krass seid. Dann könnt ihr mit eurem Anführer deutlich mehr Kriegsführung haben und damit Schlachten für euch entscheiden. Vielleicht sogar, wenn ihr noch eine Ausbildung dazu habt, dann würdet ihr diesen Trait sogar nochmal verdoppeln oder erhöhen. Wir haben eine Anziehungsmeinung und Kampfgeschick. Kampfgeschick kann auch hilfreich sein, gerade wenn man so nordische Kulturen kämpft und zu Duellen herausgefolgt werden kann. Bei Autorität ist es ganz nett, dass ihr Kontrolle hinzukriegen könnt, das ist, wenn ihr also ein großes Gebiet erobert habt oder mehrere Gebiete, die Kontrolle ziemlich kackig ist, dann könnt ihr mit diesem Kontrollzuwachs arbeiten. Schreckenzuwachs plus 20% finde ich einfach nicht gut. Wenn ihr wirklich auf Schrecken spielen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall diese Traits wie Kannibalismus, Albinismus und so mitzunehmen. Da habe ich ja im Städte-Video auch was zugemacht, guckt es einfach mal an, es werden auch bald dazu nochmal Wots auf dem Zweitkanal erscheinen, ist momentan ein bisschen hinterher. Dann haben wir noch Strapping auf Strategie, relativ langweilig, ihr kriegt dann einfach drei Kriegsführungen zu. Da seid ihr mit dem Fünf-Vorurteil aber einfach netto besser raus. Ihr kriegt natürlich dafür die passiven Boni, die es halt durch den Kriegsführungswert ist. Jetzt beginnen wir mit dem Strategen. Beim Strategen dreht sich alles um Buffs für euer Kriegsvolk und um Reduktion von Kriegskosten. Denn direkt der erste Trade ist sehr cool. Kriegsgrundkosten minus 50%, bedeutet also eben auch Prestige oder Frömmigkeit nur 50% auszugeben. Kann extrem mächtig sein unter bestimmten Umständen, wenn der Krieg schon mal ein paar Tausend Prestige kostet und ihr dann einfach die Hälfte davon nicht bezahlen müsst. Oder wenn ihr konstant nur noch durch das Schwert benutzt, was ihr ja im Kriegstutorial ja hoffentlich mitbekommen habt, dann schaut nochmal gerne hinein. Denn da könnt ihr ja konstant Königreich, Tier, Religionskriege erklären und das ist dann eben wesentlich günstiger. Ein sehr cooler Trade, den kann man eigentlich immer mitnehmen. Jetzt kommt schon die erste Reihe und da geht es eigentlich, wie gesagt, nur noch um die Buffs. Vater-Taktiken, ja wir kriegen die leichte Reiterei, die schwere Reiterei, Kamel-Reiterei, Elefanten-Reiterei und die Reiterschützen gebufft, einfach mit Prozenten. Das ist sehr cool, aber wenn ihr meine Videos geguckt habt, jetzt das letzte, was ich rausgebracht habe und gesehen habe, was für Prozente man raushauen kann, auch ohne diese Trade, ist er halt vernachlässigbarer. Er kann natürlich euch wirklich ins absolut lächerlichsten Bereich bringen, wenn es um Buffs geht. Also, dass wir wirklich die Werte, die ich in diesem Video, was ihr gesehen habt, hoffentlich, wenn nicht, schaut es euch an, gesehen habe, nochmal übertrumpfen können. Aber es sind halt trotzdem nur 30 Prozent, 20 Prozent. Also mehr Verfolgung, mehr Zähigkeit, kein Schaden dabei. Wenn ihr aber sagt, ich will dann noch mehr rausholen, dann ist das euer Trade. Und das geht hier ähnlich weiter. Organisierten Marsch, da geht es diesmal um Schwerstfußvolk, Sperrträger, Bogenschützen und Plänkler. Und das richtig Coole hierbei ist, 15 Prozent Armeebewegungstempo. Wenn ihr Probleme habt, Armeen zu catchen, also zu fangen oder sonst irgendwo zu wenig Bewegung habt, denkt daran, das mitzunehmen. Ich gebe euch den kostenlosen Hinweis, den muss ich aber eigentlich nochmal in ein eigenes Video packen, dass ihr natürlich euer Belagungsgerät rausschmeißen solltet, wenn ihr schnell verfolgen wollt oder nur Kriegsvolk aus Kavallerie bestehen haben sollt, wenn ihr wirklich einer Armee richtig schnell hinterherkommen wollt. Und dann Calls und Gebautes für die Zerstörung. Da sind wir leider bei etwas, was ich ziemlich sinnlos finde. Flotten Tempo bringt eigentlich gar nichts. 50 Prozent mehr Belagungshafeneffektivität kann natürlich sehr sinnvoll sein. Ich benutze es aber nie. Also den Trade würde ich niemals nehmen, wenn ich hier irgendwo, wenn ich überhaupt mal hier reingehe, dann nehme ich natürlich eher diese Prozent, die mir gerade helfen, zum Beispiel Partner-Taktiken. Weil das ist halt in dieser Reihe auf jeden Fall der mächtigste Trade, wenn es darum geht, Buffs hervorzurufen. Das Armee-Bewegungstempo ist ganz cool, aber das hier, weiß ich nicht. Ihr solltet eure Belagungswaffe halt so stationiert haben, dass es reicht. Und wenn nicht, dann könnt ihr trotzdem ja belagern. Solange ihr einen Krieg gewonnen habt, dauert das Ganze ein bisschen länger. Ob ich da wirklich einen Trade für ausgeben würde, weiß ich nicht. Dann geht es so einschließend, Kriegsvolk, Konter, Effektivität plus 25 Prozent und dass ihr bessere Erfahrungen in diesem Ritterzweig sammeln könnt. Finde ich auch nicht sehr stark. Kriegsvolk, Konter sind halt am Anfang sehr wichtig. Werden aber, je mehr ihr diese Buffs benutzt, wie ich euch ja in diesem Top-3-Video zum Beispiel gezeigt habe, werden die immer irrelevanter, weil der Konter einfach immer weniger zieht. Wenn ich zum Beispiel bei einem Reiter-Volk, das 500 Schaden macht, 70 Prozent abziehe, macht er trotzdem noch viel zu viel Schaden, als dass ich in irgendeiner Form dagegen massiv vorgehen kann, wenn es nicht gerade irgendwie den oder so zu eins steht. Beinahe ist es gut, kann man mitnehmen, wenn man halt nichts anderes hat. Aber auch hier wieder, will ich dafür einen Trade ausgeben? Ich weiß nicht. Überfall-Kommandos ist dann wieder ein Buff. Diesmal für schweres, Speer, Bogenschütze, Plankler, also wie auch schon der organisierte Marsch, nur ein wesentlich besseres Buff nochmal. Dasselbe Prinzip wie bei Parter-Taktiken. Ihr habt halt sehr viele Buffs, aber im Prinzip habt ihr so viele Buffs schon gestackt, wenn ihr meine Tutorials verfolgt habt oder euch im Spiel auskennt. Und dann braucht ihr diese Buffs einfach in der Weise nicht mehr. Außer, wie gesagt, ihr wollt wirklich das letzte Prozentchen rausquetschen, dann solltet ihr es mitnehmen. Empfehlenswert wäre es in meinen Augen nicht, da habt ihr andere Sachen, die deutlich besser sind. Und dann habt ihr Rückzugsverluste, minus 25 Prozent kann ganz gut sein. Ihr solltet im Idealfall wenig verlieren, aber gerade wenn ihr so ein Reich habt, wo euer Nachschub so extrem ist, kann das vielleicht sogar das Beste dabei sein. Weil ihr einfach auch 40.000 Armeen verliert und die dann innerhalb von einem Jahr oder zwei wieder reproduzieren könnt. Das könnt ihr bei sehr großen Kreuzzügen immer sehr gut sehen, dass das nicht so ist. Versorgung im Feld, ihr habt eben schnell das Überfalltempo und Versorgungskapazität mehr. Und die Sicherheit der Reise wird höher. Finde ich ziemlich lame. Überfalltempo kann man vielleicht noch irgendwo gebrauchen. Versorgungskapazität auch sehr nischenhaft, aber es ist halt so Nische dieses Ding. Würde ich niemals mitnehmen, wenn ich irgendwas anders wählen kann. Und dann haben wir auch Sapöre. Auch wieder ein ganz cooler, guter Trade. Aber geht man da wirklich hin? Geht man aus seinem Weg, um da hinzugehen? Ich persönlich nicht. Es ist halt wirklich, wie ihr merkt, dieser ganze Baum basiert darauf, eure Kriegsführung noch besser zu machen, wenn es um eure Einheiten geht. Und ich bin der Meinung, dass das nicht so gut ist wie das, was ihr eh schon an stationierten Prozenten da rausholen könnt. Ihr könnt eure schweren Fußvölker, Schwerträger und Bogenschützen und Plankler einfach auch noch Belagerungsprogress hinzugeben. Das heißt, ihr könnt schneller große Festungen belangen, wie Byzanz jetzt nur mal als Beispiel. Und damit könnt ihr halt deutlich schneller auch sowas gewinnen. Ist ganz nett, aber wirklich dahin gehen, weiß ich nicht. Ich persönlich jetzt nicht. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich finde es nicht sehr stark. Stratege ist dann ein ähnliches Prinzip. Ihr habt erstmal sowas wie Fortnum dabei. Das gibt es als Befehlshabber-Trade. Kriegt ihr hier aber so direkt geschenkt. Überquert Flüsse und mehr Enge ohne Verluste. Kriegt mehr Kriegsführung und ein bisschen Diplomatie und ja mehr Todesverluste. Wenn ihr eure Kriegsfolge stark gebrafft habt, werdet ihr das nicht brauchen. Ich finde diesen Strategenbaum, am Anfang ist der noch ganz gut. Ich glaube, wenn man gerade seinen Kriegsfolge noch nicht viel gebufft hat, kann man den sehr gut nutzen. Bellum Justum kann man immer nutzen. Der Rest ist aber sehr, sehr situativ und wirkt in meinen Augen, je weiter ihr im Spiel voranschreit, immer schlechter. Weil ihr eure Dominanz halt anders beweist, als hier so einzelne 15%, 20% Dinge herauszuholen. Dementsprechend bewegen wir uns einfach mal zurück in unsere Tierliste, die ich ja gar nicht gezeigt habe. Hier ist sie. Wer das das letzte Mal nicht gesehen hat, kriegt jetzt einen dicken Spoiler. Habe ich also absichtlich nicht gemacht. Ihr habt ja hoffentlich das Video vorher nochmal geschaut, sonst schaut an, warum ich das so einschätze. Da seid ihr gerne zu eingeladen und das hilft dem Algorithmus und mir natürlich. Hier haben wir unseren Strategen. Ich bin nicht sehr überzeugt davon. Ich würde sagen, es geht irgendwo in C hinein. Ist allerdings auch irgendwo B- vielleicht. Weil die Buffs sind ja schon sinnvoll. Ich sag mal B-3+, irgendwo so 2-3+, in der Richtung. Es hängt so für mich dazwischen am Anfang halt cool, wenn man halt da Bock drauf hat. Wobei er da halt einfach, und da kommen wir ja gleich zu, ein anderer Lebenswandel noch besser ist. Was soll ich doch 3+, sagen? Ja, in dem Zusammenhang würde ich sagen, 3+, ist relevanter. Weil wir einfach andere Tree auch im gleichen Lebenswandel haben, der in meinen Augen deutlich stärker ist. Massiv viel stärker ist. Auch am Anfang. Und da die ganzen Prozente halt eher so Kleckerbeträge sind, im Großen und Ganzen auch später, ist es eher eine nette Ergänzung. Bellum Justum kann man immer mitnehmen. Hat man genug Prestiges, der auch obsolet, also braucht er auch nicht mehr. Von daher bleib ich mal bei C+. Ihr könnt ja eure Meinung immer in die Kommentare schreiben. Das hilft für den Algorithmus. Da freut er sich und lasst direkt ein Like da. Das freut mich dann auch nochmal. Aufseher, das Zweite. Aufseher, Dienst an der Krone. Ihr kriegt natürlich in Schrecken 15, Kontrollzuwachs plus 0,3. Wenn ihr noch nicht mal ein Video gesehen habt mit der Städte-Strategie, dann schaut rein. Da hilft natürlich ihr Schrecken durchaus. Ihr kriegt aber natürlich in Schrecken halt durch die Ränkespiele viel mehr und durch Albino, Kannibalismus. Also wir haben 100 geschafft ohne diesen Trade hier. Das werdet ihr auch nochmal im zweiten Kanal, habe ich eben schon angedeutet, nochmal sehen. Er ist aber okay. Man kann halt natürlich in Schrecken kriegen. Das heißt einfach, wir können Leute einschüchtern. Ist, wenn ihr da keine richtige Strategie rumfragt, relativ belanglos. Dann haben wir Kontrollzuwachs. Das ist halt, wie gesagt, immer gut. In Kombination mit Autoritäten habt ihr dann schon 0,6 pro Monat. Und das hilft euch dabei, neue Gebiete schnell in Kontrolle zu bringen. Das heißt, mehr Aufgebote, mehr Steuern rauszuholen und weniger Aufstände. Dann haben wir heimischen Herd. Das ist eigentlich einfach ein Trade, den man mitnehmen könnte, wenn der Baum insgesamt sehr attraktiv wäre. Und ihr merkt schon, ich bin nicht so überzeugt vom Aufseher. Also wenn man jetzt schon. Der hat nämlich irgendwie, ist ein Jack of all Trades, aber halt keins brillierend. Aber damit könnt ihr einfach einen besseren Verteidigungsvorteil haben. Den kriegt ihr aber auch durch Religion, durch Tradition, durch euer Gebäude. Da kriegt ihr deutlich mehr. Und ihr kriegt es halt schon durch Schwerpunkt auf Ritterlichkeit. Aber klar, wenn ihr sagt, ich brauche einen letzten Verteidigungsvorteil. Ich bin eh in der Bergwüste und ich will meine Kämpfe immer in der Bergwüste führen. Dann könnt ihr natürlich einen lächerlich riesigen Verteidigungsvorteil kriegen. Aber wenn ihr angreift, was ja meistens der Fall ist, bringt es euch halt gar nichts. Dann haben wir strenge Organisation. Fortschrittszuwachs für mehr Kontrolle in Gemeinde. Das macht ja euer Ratsmarscher, wenn wir hier reinschauen. Der Ratsmarscher kann das hier tun. Solltet ihr immer machen, wenn ihr ein Gebiet vor allem für euch, nicht für eure Basalen, nur für euch selber behalten wollt. Immer die Kontrolle reinballern. Die wird dadurch halt wesentlich schneller. Das heißt, ihr könnt dadurch schneller diese Kontrolle gewährleisten. Habt ihr durch Dienst an der Krone und strengen Organisationen und Autorität natürlich massiven Vorteil. Aber es ist auch nur wichtig, wenn ihr persönlich, nochmal, ihr persönlich ein riesiges Gebiet erobert habt, was ihr alles halten wollt. Von daher ist es sehr nischenhaft. Ihr wollt für eure Basalen die Kontrolle nicht erhöhen. Die sollen sich ruhig mit den Bauern rumschlagen. Die sollen ruhig wenig Steuern bekommen und schwach bleiben. Das wollt ihr. Das ist ganz wichtig als Tipp. Dann haben wir harte Erdulden. Ihr habt eine höhere Festungsstufe, solchen Widerstand und gegnerische Besetzungen senken die Kontrolle nicht. Ja, Besetzungen generell senken die Kontrolle. Hier werden es halt gekontert. Ist halt nicht super. Und Festungsstufe plus 1, würde ich nicht für hingehen. Da habe ich keinen großen Bezug zu. Würde ich euch nicht empfehlen, darauf zu gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ach, der Herrschaft, ihr kriegt noch mehr Schreckenszuwachs. Habe ich ja schon mal gesagt, Schreckenszuwachs sind in meinen Augen nicht so wichtig wie natürlicher Schrecken. Schreckenszuwachs gibt es halt wirklich nur, wenn ein Event kommt, wo ihr Schrecken bekommt oder jemanden umbringt oder sowas. Dann kriegt ihr halt 20% mehr. Sag ich also mal, ihr habt 10 Schrecken bekommen, würdet ihr dann halt 12 Schrecken bekommen. Ja, ist nicht so super cool. Wir haben schnell einen Belagerungsfortschritt gegen Aufstände. Das kann schon mal hilfreich sein. Sind wir aber auch da ehrlich. Aufstände. Bauernaufstände sind eh egal. Wenn es jetzt Fraktionsaufstände sind, okay, da ist es schon hilfreich. Das würde ich schon sagen. Und Fraktionsmilitär, stärke Schwelle für Versailles plus 20. Wenn ihr also wirklich massiv Probleme mit Fraktionen habt, gerade wenn ihr sehr groß seid, kann das sehr gut helfen, um die Fraktion nicht ploppen zu lassen. Da hilft aber zum Beispiel Diplomatie, die wir im letzten Video schon besprochen haben, auch durchaus weiter. Gerade aus starkem Bündnis oder starkes Militär an sich. Aber der Trade ist schon gut. Den könnte man nutzen, wenn man halt diesen Pfad hier runtergehen will. Dann nochmal ein Unglückse Ritter. Sollte eine Anwerbe kosten, minus 30 Prozent, finde ich absolut vernachlässigbar. Wenn ihr Söldner anheuern wollt und darauf gehen wollt, auch da wieder ein Städte-Video hinein. Da könnt ihr auf iberische Trades zurückgreifen. Die geben euch minus 100 Prozent für eigene Kultur und sowas. Minus 30 Prozent ist halt wirklich nur ganz, ganz nischenhaft in Ordnung. Für so einen tiefen Trade finde ich das sehr schwach. Aber wer damit spielen will, hätte da natürlich einen Vorteil. Dann haben wir Armee-Goldunterhalt. Wichtig, Armee heißt nur Aufgebote. Und ihr wisst, was meine Meinung von Aufgeboten ist. Nämlich diesen Schmutz, vor allem später, immer unsinniger. Am Anfang könnte es noch helfen, wenn ihr eben einfach wenige Gold ausgeben wollt für Aufgebote. Da könnt ihr hiermit arbeiten. Dann nochmal als letztes noch absolute Kontrolle. Er ermöglicht absolute Kontrolle für Grafschaften. Immer wenn die Kontrolle 100 erreicht, wirkt sie stattdessen als absolut abgegeben und gibt zusätzliche Boni bei Steuern und Aufgebote. Das ist ganz cool. Ihr kriegt halt durch eure gute Kontrolle noch deutlich mehr Steuern und Aufgebote. Das kann einen sehr guten Vorteil haben in euren Gebieten. Wie gesagt, bei Vasallen interessiert es keinen. Bei euren Gebieten ist das eine sehr coole Sache. Ist allerdings auch tief in diesem Tree natürlich mit drin. Dann haben wir als letztes noch den Aufseher, dieses komische Auge da. Da kriegen wir Kriegsführung und Verwaltung. Verwaltung ist immer stark. Wir kriegen noch mehr Kontrollzuwachs. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben schon viel zu viel durch die ganzen Trades hier, wenn wir da durchgegangen sind. Und noch mehr Seuchenwiderstand. Seuchenwiderstand ist ja dazugekommen mit Legend of the Dead. Ob das jetzt so sinnvoll ist? Naja, nicht wirklich. Ich spiele eh immer ohne Seuchen, weil mir die Pop-Ups zu sehr auf die Nerven gehen. Aber es könnte halt helfen, wenn ihr sagt, ich will 100 Seuchenwiderstand gegen Pest haben. Dann ist es durchaus interessant. Und ja, man hat es rausgehört. Wir sind wieder bei Tierliste. Und Aufseher ist auch nicht das, was mich jetzt wirklich überzeugt. Da finde ich Stratege nochmal besser, weil Bellum Justum einfach deutlich stärker ist. Es ist natürlich ein sehr nischenhaftes Ding, wenn ihr Kontrolle unbedingt braucht. Da gibt es zum Beispiel bei mir eins, was mir sofort einfällt. Da hätte ich das gebrauchen können. Da bin ich aber trotzdem lieber auf Under-Trades gegangen, um halt vielleicht mehr Geld rauszusacken, um einfach direkte Kriegsführung mehr zu haben oder sonstiges. Und habe die Kontrolle einfach erstmal hingenommen und meine Jahre abgewacht, bis die Kontrolle dann wieder gedeckelt war. Von daher ist es sehr nischenhaft. Es hat ein paar coole Trades drin, die aber auch sehr bedingt gut sind. Es ist irgendwie so ein bisschen von allem, aber irgendwie nichts so richtiges. Aufgebote billiger machen, weiß ich nicht, ist auch nicht so cool. Vor allem, wenn es so tief unten ist. Wenn es Aufgebote minus 15 Prozent, vielleicht der erste Trade wäre, könnte man sagen, ja, kann man was mit machen. Das ist ganz cool, weil er früh dann die Armee billiger macht. Aber insgesamt ist der Aufseher halt wirklich nur für Kontrollzuwachs richtig cool. Schrecken gibt es Besseres. Es gibt eigentlich für alles da was Besseres. Von daher bin ich auch da nicht ganz überzeugt. Den würde ich sogar eher noch in C nach ganz hinten setzen. Denn für mich persönlich würde ich eigentlich niemals aus meinem Weg hinausgehen und sagen, ja, jetzt habe ich Bock auf Aufseher. Denn dafür sind die Trades einfach viel zu schwach. Da bin ich eher bei Stratege mit den Buffs. Gerade am Anfang, wie gesagt, das Potenzial für Kriegsführung ist da sehr hoch. Das ist da schon viel sinnvoller, als hier auf die Trades zu gehen, wo teilweise Trades sind, die einfach nicht so toll sind. Die Fraktionssache ist ganz lustig, aber da müsst ihr am besten mit anders, mit Fraktionen umgehen. Wenn da so viele Trades da reinsteckt, nur um die Fraktionen zu verhindern, weiß ich nicht. Dann habt ihr auch irgendwo andere Prioritäten oder was falsch gemacht. Aber auf jeden Fall überzeugt mich auch dieser Trade nicht unbedingt. Und damit kommen wir zum letzten, dem Galant. Und ja, jetzt haben wir ganz viel gemeckert und jetzt kommt natürlich der beste Trade. Da können wir einfach jetzt schon mal sagen, ey Leute, wenn ihr euch das anguckt, es ist halt krankhaft. Wir haben als erstes standhafte Anführer. Wir kriegen Kampfgeschick dazu als Anführer, super gut. Wir können zum Zweikampf herausfordern. Dann können wir halt Anspannung wegmachen, weil wir gewinnen. Und wir können schnell über die Prachtturniere arbeiten. Also auch wenn ihr Prachtturniere macht, ist der Galant euer Weg. Wir gehen mal erstmal auf den langweiligen Tree, nämlich nach links. Hof machen, das heißt Liebesdinge und durchbrennen. Könnt ihr halt besser Erfolgschance haben, wenn ihr da irgendwas Besonderes wollt. Ich habe da ja mal zum Dynastie-Bekanntheitsstrategie was gesagt. Da ist es sehr geil, weil ihr dann eben Liebesdinge besser machen könnt. Braucht ihr irgendwann auch nicht mehr, aber am Anfang sehr hilfreich, weil ihr dann einfach Bekanntheit pumpen könnt wie sonst was. Da hilft euch der Galant auch weiter. Dann geht ihr zu vielversprechende Aussichten. Heiratsannahme für euch selbst, also nur für uns und für enge Verwandtschaften. Auch ganz gut, da könnt ihr besser Bündnisse mitholen. Kann man mitnehmen, muss man jetzt nicht unbedingt, aber kann man mitnehmen, weil man halt gerade Bündnisse braucht. Treue und Respekt, Meinung Ehepartner, komplett irrelevant. Werte durch Ehepartner und Visier-Ratsaufgaben plus 25%. Andererseits wieder cool. Würde ich nicht unbedingt massiv drauf gehen, nur um Galant zu kriegen, also Galan unten zu kriegen, ja. Aber es ist jetzt nicht das absolute Go-To. Wir gehen zu den interessanteren Sachen, deswegen springe ich hier schnell rüber. Das sind halt hauptsächlich diese Liebesdinge, Familie und Ehefrau. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Das ist nämlich der heiße Shit hier, sag ich mal. Ritterliche Vorherrschaft. Ihr kriegt einfach verfluchte Sache 75% Ritter-Effektivität. Wenn wir das mit Strategie vergleichen, wo wir 15% oder mal 30% kriegen für unsere eine Kriegsvolkseinheit, kriegen wir hier 75% für jeden Ritter. Habt ihr einen Ritter, der dann irgendwie bei 30, 40 liegt, dann könnt ihr damit massiv eure Effektivität erhöhen. Ein ganz wichtiger Trade, wenn ihr sehr starke Ritter haben wollt. Wenn ihr dann nur die Starken, wie ich es im Krieger-Tutorial mal gemacht habe, noch reinhaut, habt ihr schon 175% nur durch diese zwei Dinge. Das ist lächerlich stark und macht eure Kriegsvolk oder eure Ritter dann massiv krankhaft. Außerdem könnt ihr schnell Auszeichnungen hinzufügen. Also Auszeichnungen kriegen schneller Level. Da könnt ihr eure Kriegsvolk ja mehr Slots geben oder die auch nochmal buffen, was zum Beispiel auch wieder dann den Effekt vom Strategen schon gibt, wie hier das. Wenn ihr dann eine leichte Reiterei-Auszeichnung habt, kriegt ihr die 30% einfach durch Ritterliche Vorherrschaft, weil ihr es schneller bekommen habt. Einfach noch dazu. Von daher ist es ein sehr starker Pöger. Und der Nächst ist noch schlimmer. Der ist der absolute Shit hier. Wir kriegen weniger Todesverluste, was schon mal sehr gut sein kann. Und wir haben wieder 5 Vorteile. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wir haben Schwerpunkt auf Ritterlichkeit mit 5 Vorteile. Niemals aufgeben plus 5. Dann haben wir schon 10 Vorteile hinzu. Wenn wir dann noch pure Kriegsführung haben, sagen wir, wir haben einen Typen mit 20, 30, dann kriegt ihr direkt 10 hinzu. Wenn ihr selber anfühlt, kriegt ihr eh schon 5 hinzu. Das heißt, ihr kriegt 15 Kriegsvorurteile hinzu. Seid also statt 20 bei 35. Das kann ja noch durch andere Modifikatoren, wie die Frau, die einem hilft, die ja hier auch nochmal gebufft wird, kann das ja nochmal erhöht werden. Das heißt, ihr könnt locker, wenn ihr da gut drauf geht, und einigermaßen Kriegserfahren seid, einen Anführer hinkriegen, der so 35 bis 40 Kriegsführung hat, was schon sehr stark ist. Und dann kommt die nächste Trade auf die Seite des Auto mal richtig gut. Hauswache, ihr kriegt 4 Ritter. Wir haben ja 75% mehr. Wenn ihr noch nur die Starken habt, sogar 175%. Und habt dann nochmal 4 Ritter, die wieder diesen Bonus hinzubekommen. Sind die 4 Ritter, sagen wir mal, bei 20, dann könnt ihr euch ausrechnen, dass die dann auch bei 40 mal gerne landen, weil ihr schon fast 200% hinzu habt. Sehr, sehr starker Trade. Als letztes Friedensstifter, Friedensannahme plus 10. Hört sich erstmal auch recht schwach an, ist auch einer der Schwächeren hiervon. Aber eine Friedensannahme generell plus 10 heißt, ihr könnt bei 90% Frieden schließen. Habt ihr noch standhafter Verteidiger als Tradition, dann kriegt ihr nochmal 10% Annahme für Frieden bei Verteidigungskriegen. Das heißt, mit dem Trade und den Kriegsführung, also dieser Tradition und den Trade Friedensstifter, könnt ihr bei 80 bei Verteidigungskriegen schon absolute Kapitulation fordern. Was halt echt geil ist. Und ihr kriegt ja hier auch nochmal einen Verteidigungsbonus hinzu. Generell eine sehr unterschätzte Tradition, die kann euch gerade, wenn ihr viele Kriege erklärt bekommt, massiv helfen. Und wenn ihr das halt nochmal ergänzt, ist es schon eine massiv starke Aktion, weil ihr halt mit 80 schon Frieden schießen könnt und im aggressiven Krieg mit 90. Deswegen auch ein sehr starker Trade. Kann im gesamten Spiel sehr hilfreich sein. Ist nicht so geil wie die restlichen 3 hier oben oder auch der erste schon, aber gerade die 3 hier. Aber sehr, sehr gut. Dann kriegen wir Galant und der Galant gibt uns Kampfgeschickt noch mehr, Kriegsführung hinzu, monatlich präsentiert 20%, Anziehungsmeinung 20% und nochmal Auszeichnungsruhm 20%. Das heißt, ihr kriegt 30% Auszeichnungsruhm hier durch. Wenn ihr also Auszeichnung auf Level 6 bekommen wollt, um massiv Buff für eure Kriegsführer zu haben, dann geht ihr nicht auf Stratege, sondern auf Galant. Ich würde meistens oder selten mache ich Galant durch, aber es ist halt insgesamt ein sehr, sehr starker Tree. Ich gehe meistens auf die 4 Trades hier und lasse den Rest dann liegen, weil der Linke halt nicht so stark ist mit diesem Hofmachen und so. Außer ihr braucht unbedingt Bündnisse. Aber wenn ihr das machen wollt, go for it, weil es halt ein extrem starker Trade hier unten nochmal ist. Mehr Prestige, mehr Kampfgeschickt, mehr Kriegsführung. Also das Ganze, was wir eh schon extrem erhöht haben, nochmal deutlich hervorgehoben. Und ihr kriegt die Auszeichnung nochmal schneller auf Level 6. Was sie wirklich dann stark macht. Auszeichnen können sehr frummelig sein, sehr nervig sein. Aber wenn ihr sie auf Level 6 bekommt, ist das natürlich ein absolutes Highlight, weil ihr dann massivste Vorurteile bekommt. Bevor wir jetzt zur positiven Einschätzung kommen, will ich nur einmal ganz kurz den Effekt zeigen, den ich gemeint habe. Gehen wir also mal hier auf unseren Typen. Der hat 5 lächerliche Kriegsführungen, hat dann in der Armee 10 Befehlshaber-Vorteile, weil er halt selber seine Truppen anführt. Wenn ich jetzt auf unsere Trades hier gehe, hier haben wir uns mal schön gescheatet, und hier erstmal, Schwerpunkt auf Ritterlichkeiten zugeben, sehen wir schon, sein Befehlshaber-Vorteil ist bei 15. Wenn wir jetzt weitergehen und hier auf standhafte Anführer gehen, ritterliche Vorherrschaft niemals aufgeben, Hauswache, dann sehen wir, unser Vorteil ist schon bei 20. Obwohl nochmal der Typ eine Kriegsführung von 5 hat, sind wir jetzt schon bei einem Befehlshaber-Vorteil von 20, bei Kampfgeschick von 13, obwohl er sonst eigentlich nichts hat. Das Ganze können wir dann weiterhin durchziehen. Wenn wir jetzt bis ganz unten durchgehen, dann kriegen wir auch nochmal ein bisschen Kriegsführung an sich hinzu und sehen dann, dass wir bei 22 Befehlshaber-Vorteil angekommen sind. Das heißt, wir haben 12 Vorteile nochmal hinzubekommen, also plus führt eigene Truppen an, also 17 Vorteile. Würden dann noch unsere Frau auf Kriegsführung setzen, die ist jetzt nicht besonders gut und damit sind wir schon bei 23 Vorteil. Jetzt stellt euch noch eine Frau vor, die hat ja 25% mehr Punkte, die halt irgendwie 10 dazu gibt und schon wärt ihr bei 32. Stellt euch vor, ihr hättet nicht einen Typen, der einfach nur bei 5 lächerliche Kriegsführung am Anfang ist, dann wärt ihr auch schon mal locker bei 30 oder mehr. Und dann seid ihr stattdessen, dass ihr bei 10 irgendwo anfangt, schon bei 23. Gerade am Anfang kann das extrem gut sein. Wenn ihr einen einigermaßen guten Charakter, wie gesagt, habt, könnt ihr damit jeden Kampf oder zumindest viele Kämpfe auch mit ein bisschen vielleicht weniger Truppen durchaus gewinnen und ihr könnt in Verteidigung durch eben die Trades, die hier auch noch vorhanden sind, durchaus noch mehr bekommen, wenn ihr auch euer Gelände noch gut nutzt. Das wisst ihr hoffentlich durch meine Videos. Ja, und wo sind wir mit dem Galant? Der ist auf jeden Fall absolute Klasse. Ich bin auch bei S-Sätzen, ist so ein bisschen A plus, S minus, aber dadurch, dass ihr halt vier Trades eigentlich nur braucht, um einen derart starken Vorteil zu bekommen, also die rechte Linie einfach durchgibt bis zu den extra Rittern, die ihr bekommt, ist das halt so, so genial. Gerade im zweiten, dritten, vierten, also gerade im zweiten, dritten Trade habt ihr so viele Vorteile, die kriegt ihr eigentlich nirgendwo, wenn es dann um Kriegsführung geht. Ja, also ein paar Prozente bei Kriegsfolgen sind ganz nett, aber hier sowas wie beim Galant, ey, kriegt ihr halt nirgendwo. Es ist einfach genial, damit loszulegen, gerade auch als ersten Charakter und den dann schön auf so einen Monster zu erziehen, gerade im nordischen Kultur geht das halt super. Dann habt ihr nachher so einen 40er-Kampfführer. Das ist, oder Befehlshaber ist extrem stark. Ich hatte das einmal, zum Beispiel bei Armedien im Playthrough, könnt ihr auf dem Zweitkanal nachschauen, ey, da hatten wir einen 40er-Anführer, das war nicht mal unsere Person, der hat halt einfach alles rasiert. Der konnte wirklich übermächtigere Einheiten kaputtauen. Da war egal, was für Kriegsvölker, wir hatten nur Schmutz eigentlich. Der hat die einfach in den Boden gestampft und das darf man nicht unterschätzen. Dann noch 75 Prozent für Ritter, die auch noch viel stärker werden, plus halt alles, was dazukommt. Das ist schon sehr genial. Bessere Bündnisse sind eben auch sehr stark. Von daher ordne ich das auf jeden Fall bei S ein. Ihr könnt wie immer eure Meinung hier unten reinschreiben, in die Kommentare. Wie ich auch schon mehrmals sage, das würde mich freuen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr guten Eindruck bekommen habt. Das war die Kriegsführung. Ich weiß, viele werden da ein bisschen unterwältigt sein. Strategie können wir noch diskutieren, ob er B- ist. Seht inzwischen B- oder C+. Mir relativ egal. Das würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Aber er ist halt verglichen Galant nicht wählbar, weil der Galant halt einfach viel, viel, viel mehr Potenzial hat, um euch eine schnelle Injektion richtiger Kriegskraft zu geben, auch wenn ihr selber die Armeen anführt, dann nochmal umso mehr. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei Next Tierliste, wenn ihr Bock habt.